Ozius Burna sagt alle Konzerte ab Ozius Burna hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und muss seine für 2019 geplante Tour verschieben. Seinen Fans verspricht der Fürst der Finsternis aber, die Konzerte bald nachzuholen. Der britische Rockstar Ozius Burna hat wegen einer bei einem Sturz zugezogenen Verletzung sämtliche Konzertauftritte für das Jahr 2019 abgesagt. Wörter können nicht ausdrücken, wie frustriert, wütend und deprimiert ich bin, gerade nicht auf Tournee gehen zu können, erklärte Ozius Burna. Der 70-jährige ehemalige Sänger der HIV-Metallband Black Sabbath musste vergangenen Monat operiert werden, nachdem er in seinem Haus in Los Angeles gestürzt war. Bereits im Januar hat Ozius Burna wegen einer schweren Infektion der Oberen Atemwege mehrere geplante Konzerte in Australien, Japan, Neuseeland und Europa absagen müssen. Auftritte unter anderem in München, Hamburg und Berlin wurden vom Februar in den Herbst verlegt. Doch auch diese Ausweichtermine kann der Rocker jetzt nicht einhalten. Der Sturz habe eine alte Verletzung aus dem Jahr 2003 verschlimmert, hieß es in einer Mitteilung aus Burnas. Ich kann nicht glauben, dass ich noch mehr Tourtermine absagen muss, sagte er. Zugleich kündigte er seine baldige Geniesung an.